So, willkommen zurück zu Unwabel und jetzt spielen wir auf jeden Fall das Bärenmoor. Los geht's. Mal gucken, was wir da so schönet haben. Okay. Na, dann wollen wir mal. Schöne Pilzer, Fliegenpilzer. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben auch schon mal ein bisschen Bind fahren. Ja, schön. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Knoten rin. Dann machen wir auch einen Knoten rin, dann kann das nicht mehr hoch. Genau, sehr schön. Boah. Verdammt. So, wunderbar. Ah, hier brauchen wir wahrscheinlich den, ähm... Nein. Schau mal. Genau, den können wir nämlich rausziehen. Sehr schön. Auf dem Bett. Ja, später. Mütter. Müsste, müsst ihr verstehen. Was? Oh. Ah, fuck. Ah. Ja, stimmt, der füllten Stein. Gar nicht mehr dran, jetzt. Ach. so dann schieben wir den hier nach vorne so schön na wie sagte gameplay kann so circa 45 minuten hier in circa höchstens ich weiß nicht wie dank der scheiß kapitel ist aber schauen wir mal ist da oben bin fahren ja können wir den jahren schmeißen wunderbar klappt ja doch und man hat ja nicht so einfach die scheiße da brauchen wir den nochmal ne warte mal ich mach hier einen knoten rein und dann können wir den rausziehen herr und da war ein bisschen die aussicht genießen ah fuck ich schreit nicht so viel passt nochmal und da muss ein knoten rein verkriecht nicht nein komm hoch hoch nein komm alter stell dich nicht so an und da muss ich nicht so ein knoten aber wir brauchen die milch fahren sonst luft ja noch stelle hier mal den knoten kann ich mich schön spritzig hoch wie komme ich denn mit dem ich sie Scheiße, ey. Na, da komm ich nicht ran, ey. Oh, fuck, ey. Da kann ich hoch. Ah, da kann ich nicht rüber schwenken, geil. Boah, nein. Doch, habe ich noch gekriegt, ey, geil. Boah, auch hier mit dir. Nein, hoch mit dir. Ah, diese Drecks fliegen, oder? Wiss ich, was der da ist? Oh, komm. Mann, die Kraft, der Junge, ey. Komm, geh hoch. Ah, mein Fahren reicht schon wieder nicht, ey. Ey, wo ist denn der? Alter. Alter. Alter, was ist hier los, ey? Alter. Mann, verpisst euch doch mal hier scheiß Drecks fliegen. Na, was haben wir hier? Ja. Oh, zu, ey. Fuck. Ist das jetzt offen? Jawoll. Wieso? Wie komm ich denn da hin, ey, da? Ah, da kann ich mich nicht rüber schwenken, ey. Oh, fuck, ey. Ist der ja scheiße. Knoten? 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 Ah, fuck. Ja, Mist. So, nochmal. Ich muss in der Knoten zuerst ran... hier und... nein! Oder komme ich da... oh Mann ey! Oh Mann ey! Sehr schön! Boah! Boah, das knap! Komm, geh hoch! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Sehr schön! Wo komme ich denn da hoch ey! Ah! Guck mal! Ne, warte mal, keinen Knoten machen! Wettel können wir erschienen! Jawoll! 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 Das reicht jetzt nicht wieder, oder? Scheiße, ey. Warte mal vielleicht noch dichter ran. Warte mal, da oben war noch was, oder? Sehr schön. Warte mal, da oben war noch was, oder? So, das müsste reichen, denke ich mal. Und die Tasche wieder. Der Bind fahren müsste. Reichen bis dahin, jawoll. Hier nochmal festmachen. Boah. Da hoch, ey. Nochmal Bind fahren, sehr schön. So. Dann war hier schön. Boah. Alter. Oh, geil. Oh, geil. Als wär nisch gewesen, so läuft da. Oh, geil. Der voll freigeschalte Pazifist. Boah. Geil. Sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder von... Mr. Unravel. Also. Haut rein. Bis dann. zwei, drei, zwei, drei, drei. Also.